Der Nationalpark Aopanga liegt im Süden Thailands. Von Phuket aus werden täglich Tagestouren in den Nationalpark angeboten. Der Nationalpark Aopanga liegt im Süden Thailands. Ein Tag starten von Phuket aus Phuket. Uthiyat Heng Shatt Aopanga liegt im Süden Thailand. Every day will be a trip from Phuket to Uthiyat Heng Shatt Aopanga. One land in Rob. Charakteristisch sind die schroffen Kalksteinfelsen sowie Mangrovenwälder. Typical are the limestone cliffs and mangrove forests. Baachai-lenen und Kauhin-bun sind die Kalksteinfelsen von Uthiyat Heng Shatt Aopanga. Mit dem Kanu geht's ins Innere der Kalksteinfelsen. Bei Kanu, we go inside the limestone cliffs. We can actively enter the limestone cliffs with ajanus in the Himanus. We can enter the limestone cliffs with ajanus in the Himanus. It is a nice fish in the Himanus. It is a great fish in the Himanus. You can enter the limestone cliffs in the Himanus. Im Innern wartet ein einzigartiges, von der Außenwelt abgeschnittenes Habitat auf den Besucher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Nach 60-minütiger Tour geht es wieder zurück zu den Booten. Nach 60-minütiger Zeit ist es Zeit, zu zurück zu den Booten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020